Schon gehört? NFT? Doch was ist das Ganze eigentlich? Ein NFT ist ein Non-Fungible Token. Es ist ein nicht ersetzbares, digital geschütztes Objekt. Die dafür genutzte Technologie ist die Blockchain, die auch für Kryptowährung verwendet wird. In einer solchen Blockchain reihen sich Datensätze in einzelne Blöcke aneinander, wobei mit jeder weiteren Transaktion ein neuer Block hinzugefügt wird, der die Änderung festhält und durch einen Hashwert eindeutig identifizierbar gemacht wird. Im Falle von NFTs enthält der Block Daten, um welche Eigentums- oder Nutzungsrechte durch das NFT damit verknüpft worden sind. Na, kompliziert? Aber immer der Reihe nach. Aber hier ein kleines Beispiel. Wenn du im Louvre in Paris das aufbewahrte Mona Lisa Gemälde durch einen anderen Ausdruck desselben Bildes ersetzen möchtest, wird es denn dasselbe sein und noch viel wichtiger? Wird es den gleichen Wert haben? Absolut nicht. Hier ist das unvergleichliche Mona Lisa Gemälde ein nicht fungibler Gegenstand, der nicht gegen ein anderes Gegenstand mit identischem Aussehen eingetauscht werden kann. Kommen wir zurück zur Sache. Einzigartigkeit ist der Schlüssel hier. NFT ist im Grunde ein Eigentumsnachweis und auch ein Echtheitszertifikat. Ein nicht fungibler Gegenstand ist daher etwas, das einzigartig und auch authentisch ist. NFTs bietet digitalen Schöpfern die Möglichkeit, ihre Arbeit gemeinfrei zu machen, ohne sich Gedanken über den Nachweis von Eigentum oder auch Echtheit machen zu müssen. Das Beste an NFT ist, dass, wenn die digitale Kunst oft an eine andere Person verkauft wird, ein Teil des Wertes an den ursprünglichen Schöpfer übertragen werden kann. Dies macht NFT zu einem großartigen Angebot für digitale Künstler, um mit ihren Kunstwerken Geld zu verdienen. Hat dir das Video gefallen, freue ich mich gerne über ein Like bzw. über ein Abo, wenn du dich für solche Themen interessierst. Ich spreche viel auf meinem Kanal über Kryptowährung, NFT, DeFi und auch Metaverse. Vielen Dank.